An der unteren Tunguska können wir hervorragend Eschen, Lachse und Forellen fangen. Dazu verwenden wir unser Belaya Setup, welches wir bereits mit Level 12 kaufen können. Doch die Fische hier sind stärker, also werten wir unser Belaya Setup auf. Daher kaufen wir uns eine bessere Rolle und verwenden stärkere Schnur und Vorfächer. Ich empfehle die Rolle Simon Corsair 30S. Mit mehr Bremskraft bekommen wir die Fische im Drill schneller müde. Mit dieser Rolle brauchen wir jetzt natürlich eine neue Hauptschnur und neue Vorfächer. Unser Ziel ist eine Tragkraft von ca. 11 Kilo auf der Hauptschnur und ca. 9 Kilo auf dem Vorfach. Natürlich Fluorocarbon, denn...